Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei Uhrenfieber. Ihr seht es bereits, heute liegt auf meinem Tisch wieder eine Pagani Design Uhr. Es handelt sich dieses Mal um die Pagani Design GMT. Einige von euch haben sich ja gewünscht, dass ich diese Uhr mal vorstelle. Und da sie inzwischen auch in Deutschland auf Amazon erhältlich ist, dachte ich mir, schnappe ich mir mal ein Exemplar und schauen wir uns das Ganze einmal gemeinsam an. Jo, viel Spaß dabei! Also geliefert wird die Uhr Pagani Design typisch in dieser bläulich gummierten Schachtel. Wir haben hier diesen golden glänzenden Pagani Design Schriftzug und das entsprechende Logo, was mich übrigens immer persönlich so ein bisschen an Tudor erinnert. Ja, aber gerade für den geringen Preis der Uhr ist es auf jeden Fall eine grundsolide Verpackung. Wir haben hier auch so einen kleinen Magnetmechanismus verbaut. Machen wir das Teil mal auf. Dann werden wir direkt von dem Pagani Design Poliertuch begrüßt. Ist immer eine nette Zugabe, aber brauchen wir jetzt hier erstmal nicht. Jetzt wird es schon interessanter. Hier haben wir dann die Pagani Design GMT. Ja, wie man sieht, es handelt sich hier, der Name das irgendwie auch schon erwarten lässt, um eine Hommage an die Rolex GMT Master 2, also an das neue Modell mit der Keramik-Lünette. Ich habe hier die schwarze Version, meiner Meinung nach wirklich die schönste GMT Master, die es gibt. Also wie gesagt, schwarze Keramik-Lünette, tiefschwarzes Pianolack-Ziffernblatt, den grünen GMT-Zeiger und entsprechend auch die grüne GMT-Schrift unten. Finde ich, ist ein toller Kontrast und ja, die Farbe grün hat bei Rolex ja auch irgendwie Tradition, gerade auch wenn man an die Milgauss und so denkt. Also ich denke, das ist wirklich ein sehr schönes Farbdesign. Ja, nehmen wir das Teil einmal raus. Lege ich nochmal einmal zur Seite und wir schauen uns den Rest des Inhaltes an. Ja, hier liegen schon die restlichen Bandglieder, die habe ich wieder entnommen. Ich habe ja ein recht dünnes Handgelenk, da musste ich hier entsprechend fünf Glieder entnehmen. Das Ganze ist bei Pagani Design ja echt immer schön verschraubt, lässt sich wirklich einfach rausdrehen. Solide Bandglieder, ja, aber darauf können wir natürlich später nochmal zu sprechen. Dann haben wir hier noch die restlichen Verklebungen, die lasse ich immer ganz gerne drin, falls man die Uhr nochmal irgendwann verkauft, dann freut sich der neue Käufer immer, wenn man noch die Verklebungen hat. Haben wir hier noch die Pagani-Garantiekarte und eine Beschreibung. Die Beschreibung passt aber nicht wirklich zur Uhr, weil wir hier keine genaueren Erläuterungen zur GMT-Funktionalität haben. Also ich denke mal, dass Pagani einfach immer die gleiche Beschreibung hier dabei legt, brauchen wir sowieso nicht. Ja, packen wir die Verpackung einmal zur Seite und schauen wir uns das Eigentliche an, die Uhr. Ja, wie schon erwähnt, handelt es sich hier um eine Hommage an die GMT Master 2. Entsprechend sind auch die Abmessungen. Wir haben hier einen Gehäusedurchmesser von 40 mm, eine Lack-to-Lack-Länge von 47 mm, Bandanstoß hat 20 mm, verjüngt sich allerdings auf etwa 16 mm unten an der Schließe. Die Höhe der Uhr beträgt 13,5 mm. Also wir haben hier quasi Pagani-Designs-Interpretation an das klassische Rolex-Maxi-Case. Die Uhr wird auf Amazon aktuell für um die 100 bis 110 Euro gehandelt. Link ist natürlich unten wieder in der Beschreibung. Heißt jetzt übrigens nicht Pagani-Design, sondern P-A-G-R-N-E-Design. Pagr. Weiß ich nicht genau, wie das ausgesprochen wird. Es gibt die Uhren ja auch als Bersigar. Die Chinesen ändern da fröhlich alle drei Wochen den Namen. Handelt es sich im Endeffekt aber immer um die gleichen Uhren. Ja, für diesen Preis bekommt man wirklich sehr, sehr viel geboten. Wir haben ja bei Pagani-Design echt immer eine geniale Ausstattung. Also auch bei diesem Modell. Wir haben hier eine Keramik-Lünette. Versuche euch mal so ein bisschen näher heranzunehmen. Die ist auch wirklich, wirklich gut ausgearbeitet. Wir können sehen, dass die Zahlen hier eingelassen sind. Und da gibt es wirklich keine Verarbeitungsmängel oder so. Das macht wirklich einen sehr, sehr ordentlichen Eindruck. Und ja, so eine Keramik-Lünette macht einfach optisch einiges her. Wenn man sie am Handgelenk trägt, man sieht das hier. Man hat dann immer so schöne Spiegelungen und wirklich einen tollen Glanz. Und ja, das wirkt einfach deutlich, deutlich hochwertiger als so eine Edelstahl-Lünette. Also das ist auf jeden Fall echt ein cooles Detail. Dann haben wir natürlich Saphir-Glas. Dadurch haben wir dann keine Kratzer-Anfälligkeit. Das ist ja auch eine schöne Sache. Gehäuse und Band sind aus 316L-Stahl gefertigt. Wie gesagt, sind die Bandlider solide. Auch die Bandanschlüsse sind hier komplett solide gefertigt. Das sieht man hier. Die Schließe ist bei Pagani Design ja auch immer sehr an Rolex orientiert. Jetzt hier den Verschluss können wir aufmachen. Wir haben ja immer so einen kleinen Hebelmechanismus. Also sieht man hier, da muss man ein bisschen mehr Kraft aufwenden, aber mit der Zeit geht's. Da gewöhnt man sich dran. Und das Ganze hier, also auch kein gestanztes Metall oder so. Wirklich komplett aus dem Vollen geschnitzt. Macht ja immer einen soliden Eindruck. Hier nochmal dieser Hebelmechanismus der Schließe. Also ich finde wirklich auch ein tolles Band mit toller Schließe. Wir haben hier noch so eine kleine Taucherverlängerung. Orientiert sich an dem Rolex Easy Link System. Kann man hier quasi einrasten. Da hat man hier einfach so eine kleine Nut, die sich auf diesen Steg hier reindrücken lässt. Auch da braucht man ein bisschen mehr Kraft, aber naja, ich habe ja inzwischen schon einige Pagani Uhren in der Hand gehabt. Ich weiß also, dass man da ein bisschen mehr Druck aufwenden muss. Mit der Zeit geht das aber auch einfacher, ganz klar. Auf der Rückseite haben wir einen Glasboden, wo man auch schon das Automatikwerk sieht. Normalerweise werden die Pagani Uhren ja immer mit dem Seiko NH35A Werk geliefert. Allerdings haben wir jetzt bei dieser Uhr natürlich zusätzlich die GMT-Funktionalität. Wir können uns also eine zweite Zeitzone parallel ansehen. Ja, diese Funktionalität gibt es bei dem Seiko Werk nicht. Deswegen musste man eine Alternative suchen. Man hat bei dieser Uhr also das Mingshu DG5833 GMT Werk verbaut. Ich glaube, der Hersteller Panis, der baut ja ähnliche Uhren, der hat das auch teilweise in seinen GMT-Modellen verbaut. Man liest jetzt nichts Schlechtes über das Werk. Scheint wohl ziemlich solide zu funktionieren. Man hat wohl auch Abweichungswerte von plus minus 10 Sekunden. Ich habe es jetzt noch nicht genau gemessen, aber mir ist nichts Negatives aufgefallen auf jeden Fall. Optisch ist es ein recht schönes Werk, wie ich finde, für den geringen Preis. Wir haben hier einen Rotor, den Pagani Design individuell angepasst hat. Also man hat hier das Pagani Logo und zweimal die Schrift. Und die Schrauben sind hier teilweise in grün ausgeführt. Also, ja, jetzt keine Augenweide, aber auch kein hässliches Werk, würde ich sagen. Steht hier unten nochmal Stainless Steel Pagani Design. Ich meine, hier irgendwo steht auch die Modellnummer. Ah ja, genau. Hier steht sie. Gucken wir, ob wir es sehen können. Genau, es handelt sich hier also um die Pagani Design PD 1662. Und das Ganze ist auch 100 Meter wasserdicht. Ja, wir haben hier auch wirklich verschraubten Gehäuseboden, verschraubte Krone. Wenn wir die hier mal rausdrehen, sehen wir hier auch eine kleine schwarze Dichtung. In der ersten Position können wir die Uhr also manuell aufziehen. Wie man hört, das funktioniert geschmeidig. Generell finde ich, dass die Krone sich sehr geschmeidig bedienen lässt. Auch hier das Schrauben finde ich sogar noch ein bisschen besser als bei den Pagani Modellen mit Seiko Werk. Ja, dann ziehen wir die Krone noch eine Position weiter raus. Dann können wir entsprechend beim Drehen nach oben das Datum einstellen. Auch das reißt es schön ein. Und bei der Drehung nach unten können wir die zweite Zeitzone mit dem GMT Zeiger einstellen. Auch das lässt sich geschmeidig einstellen. Also der Zeiger springt jetzt nicht irgendwie schnell nach vorne oder so. Das gefällt mir gut. Wenn wir dann noch eins weiter rausgehen, können wir natürlich die Zeit einstellen. Und in dem Fall geht der GMT Zeiger natürlich entsprechend mit. Ja, wir haben hier natürlich die GMT-typische Lunette. Quasi hier von 1 bis 24. Also jede zweite Zahl aufgeschrieben. Also zur Messung einer weiteren Zeit in einer weiteren Zeitzone. Wir haben hier 60 Klicks. Das Ganze fühlt sich solide und gut an. Leider, leider ein wirklicher Nachteil. Kann man die Lunette nur hier in eine Richtung drehen. Beim Original kann man das Ganze natürlich in beide Richtungen drehen. Also das wäre so ein kleiner Nachteil. Aber naja, ich denke mal, man kann es verkraften. Den wenigsten wird es bei dieser Uhr um die Funktionalität als mehr um die Optik gehen, denke ich mal. Was ich sehr schön finde, ist tatsächlich immer die Verarbeitung bei den Modellen. Wir haben hier oben drauf ja diese geschliffene Fläche. An der Seite ist es poliert. Ebenso auch auf der Lunette. Das ist immer ein tolles Detail. Hier an der Seite haben wir so ein geschliffenes Finish. Und obendrauf haben wir dann so einen kleinen glänzenden polierten Rand. Ich glaube, man kann das so ein bisschen erkennen. Gerade in der Sonne, wenn man die Uhr jetzt trägt, macht das wirklich einiges her. Also das gefällt mir immer gut. Das ist ein wirklich schönes Detail. Ja, dann würde ich sagen, setzen wir die Uhr einmal auf. So muss ich meine Citizen Pro Master hier einmal abnehmen. Übrigens auch eine richtig tolle Uhr. Habe ich ja letztens auch im Video zugemacht. Ich denke, ich werde nochmal ein Vergleichsvideo zu beiden Uhren drehen. Das ist mal ganz interessant. So japanischer Klassiker gegen chinesische Homage-Uhr. Das würde mich mal interessieren. Ich glaube, da wird es mal was geben. Aber heute erstmal nur zur Pagani-Design. Ja, setze ich die Uhr hier einmal auf. Ja, wie gesagt, ich habe ja ein dünnes Handgelenk mit gerade mal 16,5 cm Umfang. Aber die Uhr trägt sich wirklich sehr komfortabel. Nicht ohne Grund werden die Rolex-Modelle so oft kopiert. Einfach, weil es ein richtig tolles Design ist und sich so super bequem tragen lässt. Wie gesagt, dieser Hornabstand von 47 mm ist nicht besonders groß. Und dadurch auf jeden Fall auch für kleinere Handgelenke geeignet. Ja, hier sieht man nochmal das, was ich eben gesagt habe. Diese Keramiklinette, die macht wirklich einiges her. Man sieht hier so ein bisschen diese Spiegelung und den Glanz. Also dadurch wirkt die Uhr wirklich sehr edel am Handgelenk. Ich finde, zur GMT passt tatsächlich auch der polierte Mittelsteg. Normalerweise mag ich das ja lieber, wenn das auch geschliffen ist. Aber beim Original ist es bei der GMT Master 2 ja auch so. Und ich denke, zu dieser Uhr passt das auch. Ja, und wie gesagt, was auch einfach schön ist, ist der grüne Kontrast hier mit dem GMT-Zeiger und dem entsprechenden Schriftzug. Achso, übrigens, Indizes sind natürlich gesetzt, nicht einfach nur bedruckt und mit Chrom umrandet. Das macht auch einen schönen Eindruck. Ich würde sagen, jetzt mache ich es nochmal einmal dunkel und wir gucken uns hier einmal die Leuchtmasse in Aktionen an. Ja, im Dunkeln angekommen, hole ich mal meine Schwarzlichtlampe und dann beleuchte ich mal ein bisschen das Ziffernblatt. Damit kann man die Leuchtmasse immer ganz gut aktivieren, sodass wir uns das hier einmal gemeinsam anschauen können. Ja, ich denke, das sollte klappen. Ja, genau. Ich denke mal, so kann man es erkennen. Also wir haben hier, was mir sehr gut gefällt, eine blaue Leuchtmasse, passend zum Rolex-Design. Die Zeiger leuchten wirklich gut. Also da ist die Leuchtmasse auch wirklich lang anhaltend, leuchtet sehr lange. Auf den Indizes könnte es besser sein. Also ganz klar, Leuchtmasse ist auf jeden Fall vorhanden, aber nicht wirklich herausragend. Ich kann ja mal im Vergleich nochmal die Citizen holen. Und die Uhren beide mal aufladen. Und da sieht man dann schon einen Unterschied. Ich habe euch ja beim Review der Citizen gesagt, dass man da wirklich eine erstaunlich starke Leuchtmasse hat. Und ich denke, ja, da fällt der Unterschied hier im Vergleich auf jeden Fall nochmal auf. Aber gut, die Citizen ist halt auch wirklich eine richtige Taucheruhr. Und da muss das natürlich dann auch dementsprechend sein. Ja, ich denke mal, das war es hier zur Leuchtmasse. Machen wir mal einmal wieder Licht an. Ja, das soll es also zur Pagani Design GMT gewesen sein. Wie ich finde, wirklich eine tolle Uhr. Ihr wisst das ja, ich bin von diesen Pagani Design Uhren ja wirklich immer begeistert. Ich bin großer Fan der Marke. Man bekommt da wirklich für kleines Geld eine super Ausstattung. Gut, ich meine, der Hersteller kann sich wirklich auf die Ausstattung und auf die Materialien konzentrieren. Man hat hier keine Designkosten. Das ist natürlich einfach eins zu eins das Rolex Design kopiert. Das hat natürlich Vor- und Nachteile. Es gibt Befürwörter dafür. Aber ich finde, es ist nicht verwerflich, eine Hommage zu tragen. Ja, das soll es also zu diesem Video gewesen sein. Zum Thema Pagani Design. Die Firma hat jetzt von der Submariner auch eine 40mm Version rausgebracht. Ihr kennt ja vielleicht noch mein Submariner Hulk Review. Da hatte die Uhr ja noch 43mm und das war mir ja persönlich ein bisschen zu groß. Die neuere Version tatsächlich mit 40mm. Gibt es dann auch in den neuen 2021er Rolex Submariner Designs. Also in dieser Kermit oder Starbucks Version mit grüner Keramiklünette, schwarzem Ziffernblatt oder mit der blauen Lünette. Ich denke, das ist auch eine sehr interessante Uhr. Werde ich mir auch mal bestellen. Gucken wir uns auch einmal gemeinsam an. Gibt es dann in den nächsten Wochen ein Video zu geben. Link zu der Uhr habe ich euch auch schon mal unten dagelassen. Könnt ihr euch das schon mal anschauen. Ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video bei Uhrenfieber. Ciao!